Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Unschlagbare Angebote bei jedem Wetter. Bei Autocenter Zürich-Süd AG in Sadlischwil, Binelli & Ersam AG und Titan AG in Zürich. Guten Abend miteinander. Ich bin leider kein Komiker, kein Wetterschmücker und schon gar kein Zoodirektor. Dafür kann ich Ihnen als Miss Schweiz etwas darüber erzählen, wie Sie auch bei schlechtem Wetter gestylt durch den Tag kommen. Heute Abend müssen Sie sich diesbezüglich keine Sorgen machen, weil in der Nacht kommen die Sternchen, die Wolken verziehen sich. Morgen Vormittag ist es dann abgesehen von etwas Nebeln und Wolken recht sonnig. Die Temperaturen morgen Morgen nur bei 5 bis 7 Grad. Am besten legen Sie schon einmal den Strickpulli parat, denn diese sind im Moment sowieso der letzte Schrei. Am Nachmittag geht es sonnig weiter, es gibt nur ein paar Wolken. Die Temperaturen klettern bis auf 18 Grad. Dann liegt für die coole vielleicht sogar der T-Shirt-Look drin. Die Null-Grad-Grenze liegt morgen auf 3'500 m. Der T-Shirt-Look funktioniert dort halt nur für die Herdgesotten. Am Samstagmorgen kann es im Flachland Nebel haben, sonst ist es strahlend schön. Unbedingt die Sonnenbrille einpacken. Am Sonntag ist zuerst Nebel möglich, es geht aber mit viel Sonnenski weiter. Ab und zu ziehen ein paar Wolkenfelder vorbei. Der Wochenstart ist recht sonnig und warm, aber am Dienstag geht es dann leider wieder zu. Auch der Mittwoch ist bewölkt und nass. Zum Glück sind aber Regenstiefel immer noch total in. So, das wäre es mit dem Wetter. Morgen an dieser Stelle die beiden Nationalräte, Daniel Josic und Christoph Mörgeli. Vermutlich gibt es dann Hagel von links und Gewitter von rechts. Einen schönen Abend miteinander.